Die Isalon Roosters und Cheftrainer Jason O'Leary werden nach dem Ende der laufenden Spielzeit getrennt. Den 42-Jährigen zieht es zu den SCL Tigers in die Schweiz. Entschied sich für die baldige Rückkehr in die Schweiz, Isalons Cheftrainer Jason O'Leary Mago Images Die Isalon Roosters befinden sich derzeit inmitten des Kampfes in die heiß begehrten Playoff-Plätze in der Nordkruppe. Am Freitag noch 1 zu 4 gegen Spitzenreiter Eisbären Berlin verloren, verkündeten die Sauerländer drei Tage später über die vereinseigene Website eine Hiobsbotschaft. Trotz Jason O'Leary wird in Seilersee nach der laufenden Saison verlautert. Der 42-Jährige Kanadier hat sich für ein anderes Vertragsangebot entschieden. Sein neuer Arbeitgeber steckt bereits fest und heißt SCL Tiger. Der Klub Auslandau belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz in der schweizerischen Platzabschied. Aus persönlichen Gründen wir respektieren, dass Jason sich entschieden hat, nach der Saison eine neue Herausforderung. Seine neue Stelle wird sich besser mit seinem privaten Umfeld verbinden lassen. Das war ein wichtiger Teil seiner Entscheidung, erklärt Isalons sportlicher Leiter Christian Hommel die Hintergründe. Selbst meldete sich O'Leary natürlich auch zu Wort. Ich werde den Seilersee schweren Herzens verlassen, aber nach so einem schwierigen Jahr ist mein Platz in Zukunft bei meinem Kind. Ich habe hier viele gute Leute in der Stadt und im Verein kennengelernt und arbeite gerne mit ihnen zusammen, aber die Distanz zwischen mir und meinen beiden Jungs ist mit zu vielen Reisebeschränkungen einfach zu gucken. Für den gebürtigen Kanadier ist die Alpenrepublik eine gewohnte Umgebung. In der Schweiz war O'Leary von 2013 an sechs Jahre lang als Trainer verschiedener Mannschaften tätig, ehe am Frühjahr 2019 seine Zelte dort einbrach und am Seiler... ... Amen. Amen.